Mein Name ist Volker Seidel, ich bin Leiter des Qualitätsmanagement bei der Grundig Business Systems in Bayreuth. Ein funktionierendes Qualitätsmanagement ist wichtig für unsere eigenen Produkte, genauso aber wie für unsere elektronische Auftragsfertigung. Es hilft uns dabei, potenzielle Fehlerquellen im Produktionsprozess frühzeitig zu erkennen. So können wir sofort gegensteuern, noch bevor das Produkt beim Kunden ist. Die Qualität wird nach jedem Fertigungsschritt überprüft. Von der Lopasteninspektion auf der Leiterplatte, dem AOI, den InCircuit und sonstigen projektspezifischen Funktionstests bis hin zur Qualitätskontrolle der Endprodukte helfen diese Tests und zu Leistungen auf einem konstanten Niveau zu halten. Unterstützt wird unser Qualitätsmanagement dabei durch ein Traceability-System, das Fehler nachvollziehbar macht, so dass wir diese schnellstmöglich abstellen und präventiv für die Zukunft verhindern können. Über Whiteboard-Monitore, die in der gesamten Fertigung verteilt sind, lässt sich der Qualitätsstatus für jeden Auftrag transparent nachvollziehen. Soll es dennoch einmal zu einem Garantiefall kommen, reagieren wir mit einer durchschnittlichen Garantiereparaturdauer von zweieinhalb Tagen schnellstmöglich. Wir sind nicht nur durch das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 zertifiziert, sondern auch nach den strengeren Normen der Automobilindustrie IATF 16949 und sogar für Medizintechnikprodukte nach ISO 13485. Außerdem überleisten wir hohe Umweltstandards durch unser Qualitätsmanagement nach ISO 14001. Die jährlichen durchgeführten Kundenzufriedenheitsumfragen geben uns recht. Unsere Kunden bestätigen uns ein sehr hohes Qualitätsniveau und ein ebenso hohes Zufriedenheitslevel auf allen Ebenen. Und auch wirtschaftlich macht sich das Qualitätsmanagement bezahlt durch niedrige After-Sales-Kosten. Hier bei der Grundig Business Systems am Standard Barrett sind wir stolz darauf, echte Qualität made in Germany zu produzieren. Und auch wirtschaftlich sind wirtschaftlich.